Hallo, voller sein Friends. Ich möchte heute einfach mal kein Tutorial rausschicken, kein Testimonial über irgendwelche Plattformen oder sonstiges, sondern, so wie ich es auf Englisch gemacht habe, auch auf Deutsch, einfach nur den Gruß zum Hermntag für alle Männer, alles Männliche in dieser Welt, auch insbesondere für diejenigen, die christlichen Glaubens sind, auch ein Gruß, weil es ja dann der Tag des Herrn ist, der gefeiert wird, aber insbesondere auch Grüße an all die Väter auf dieser Welt, die eben in unterschiedlichster Form anwesend sind, ob sie nun in der Nähe ihrer Kinder sind oder in der Ferne ihrer Kinder, wie bei uns. Wir sind jetzt hier gerade wunderbar in der Uckermark und es ist wunderschön, wie ihr seht hier um mich herum, ganz viel wundervolle Natur und feiern auch einfach das, ja, das Glück, dass man auf der einen Seite auch einfach nur gezeugt wurde, einfach nur das Leben bekommen hat durch seine Väter, egal wie schwierig es zwischendurch war, also nicht egal, aber auch wenn es schwierig zwischendurch war, dass man ja auch oftmals durch das Männliche die Herausforderungen bekommt und lernt damit umzugehen, lernt sich zu verteidigen, sich vorzusorgen, alles das, was so am Männlichen mit dranhängen kann, was sich natürlich inzwischen immer mehr auf die Menschen an sich überträgt und man gar nicht mehr so ganz genau unterscheiden kann, was ist jetzt, was in welcher Rolle ist man, wie fühlt man sich damit und ich finde, dazu ist dieser Tag auch wirklich gut geeignet, um insgesamt einfach nochmal dankbar zu sein dafür, dass man lebt, dafür, dass da zwei Elternteile dazugehörten, auch immer der Vater, ich selbst merke auch, wie wichtig das ist. Wow, jetzt ist mein Gerät hier fast aus, gut, das bedeutet kurze Message, ja, und ich selbst merke, wie wichtig es ist, in dieser guten Stimmung zu den Vätern, um mich herum zu bleiben, zu meinem eigenen, aber auch zum Vater meiner Tochter und genau so möchte ich euch grüßen, da draußen und auch allen Männern drumherum, die uns Frauen und Mütter unterstützen, genau das gleiche Geschenk geben wir den Frauen zum Frauentag, zum, Entschuldigung, zum Muttertag. Macht's gut und habt einen guten Tag.